Hallo liebe Zwillinge und herzlich willkommen zu eurem Monatshoroskop für den Februar. Es verspricht ein aufregender Monat voller Liebe, Karrierechancen und strahlendem Glück zu werden. Lasst uns gemeinsam einen Blick auf die Sterne werfen und sehen, was der Februar für euch bereithält und beachtet auch am Ende des Videos eure Glückstage. Freut euch auf romantische Zeiten, liebe Zwillinge. Ab dem 16. Februar nimmt Liebesplanet Venus eine kraftvolle Position ein und bringt euch das Geschenk des Liebesglücks. Gibt es gleichermaßen gute Aussichten für Paare und Singles? Absolut! Tatsächlich dürfen sich die Singles besonders freuen. Bei Paaren spielt das Sternzeichen des Partners eine Rolle. Mit einem Löwen erwartet euch paradiesisches Glück. Zwischen einer Waage und euch entsteht das Dreamteam des Monats. Und mit einem Schützen teilt ihr gemeinsame Interessen. Im Februar überzeugt ihr andere mühelos von euren Talenten und Fähigkeiten. Eure spontane Art wird besonders beruflich geschätzt. Man kann sich auf euch verlassen. Neptun gibt jedoch einen Rat. Meidet die Gerüchteküche. Nicht alles, was erzählt wird, entspricht der Wahrheit. Mars verleiht euch ab dem 13. Februar einen kräftigen Energieschub. Nutzt diese Phase und startet jeden Morgen mit Gymnastik vor dem geöffneten Fenster. Ein regelmäßiger Spaziergang sollte ebenfalls Teil eures Gesundheitsprogramms sein. Das war es für eure Monatshoroskop im Februar, liebe Zwillinge. Wir hoffen, dass euch die Einblicke in Liebe, Karriere und Gesundheit inspiriert haben. Vergesst nicht, eure Glückstage im Auge zu behalten und die positiven Energien zu nutzen. Ich wünsche euch einen wundervollen Monat voller Liebe, Erfolg und strahlendem Glück. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und im Einklang mit den Sternen. Servus.